Ohne Konsequenzen sagen die immer, was soll das und schreiben mich einfach falsch und lassen mich hin und her zahmen und mir ein Risiko aussetzen. Wie die mich geärgert haben mit meinem Kind und dann in den Anzeigen großartig weiterschrieben. Genau. Aus der Tagdurcht wieder hier der Mond. Hier sind die von der Sicht aus die Vögel von dem anderen Fenster und hier der Vogt, der langsam verschwindet. Hier der Mond und hier guten Morgen Enten. Wie mies das Ganze gemacht ist. Ich werde gar nicht gefragt, was ich möchte. Auf jeden Fall muss ich gleich den ganzen Dreck immer mitmachen. Ohne zum Fragen. Ich finde es nicht normal, dass der Kögel im roten Hemd bei mir drin steht. Das ist nämlich auch alles nicht normal. Das ist der Zahnarzt an sich gegenseitige Schuldzuweisungen. Wo ist der Mond jetzt? Sehe ich ihn selber nicht mehr drauf. Da ist er. Jeden Morgen Uhrzeit 7.45 Uhr und meine Dokus. Und die Uhr stand auch mal still. Diese Kirchuhr ist wie zurück in die Zukunft so parallel gemacht. Auch damals. Es gibt so eine alte Schule, wo die Geiger drin wohnten, was so ähnlich gemacht ist. Und hier sind die, das Wort Drehcenter von Ulm. Hier sehen Sie die Hochhäuser. Sylvia, Körner aus der Dachlug. Ich bin mit Falten geheiratet worden. Feuer!